Und jetzt möchte ich euch, wenn ich es mal ein bisschen ausfassen will, für ihr Wagenhaut, damit ihr seht, dass das hier ein Problem gekommen ist. Und jetzt möchte ich euch, wenn ich es mal ein bisschen ausfassen will, wenn ich es mal ein bisschen ausfassen will, und jetzt, wir können das leider nicht so wichtig, ich will, dass ihr springt, springt bitte unter Nacht. Und jetzt möchte ich euch, wenn ich es mal ein bisschen ausfassen will, und jetzt, wir können das hier ein bisschen ausfassen will, An dieser Stelle möchte ich gerne dem Schlagzeuger von Breakout ganz besonders herzlich danken. Ich habe einen unglaublichen Vielfalt an Sachen, wo ich draufschlagen kann. Ich weiß gar nicht, wie ich alles angenommen kann. Da machen wir eine Kommissar immer mit Schlellkochtopf und Panne zurecht. Das Beste ist das. Und jetzt alle, die die Partiersausbildung gemacht haben oder Hotelfachfrauen. Komm mal nochmal. Hallo, ist hier einer?